Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und zur Folge 5 von Loki, der Recap. Die Folge heißt Reise ins Unbekannte. Das Ganze bespreche ich nicht alleine, sondern habe meinen Kompanion dabei, den Patrick. Servus Patrick. Hi. Und den anderen Kompanion hier heute als Gast. Servus Boris. Salve. Und den Typen, der so schwäbisch ist, dass er als einzige Uhr eine Sonnenuhr hat, der ist den Sam. Ja, das bin ich. Hallo. Genau, also vornherein sage ich gleich mal wieder, wir sind ein Recap, deswegen Spoiler-Warnung. Wir spoilern knüppelhart und gehen auf jede, wirklich jede Szene ein. Dann möchte ich gleich vorab noch einen kleinen Disclaimer machen. Ich glaube, heute wird es länger, weil in der Folge ist so viel zu entdecken. Wir hoffen natürlich, dass wir in unserem Zeitrein bleiben, aber vorweg schon mal eine kleine Wartung. Gut, wir machen es so wie immer. Am Anfang frage ich euch, wie ihr diese Folge an sich fandet, ohne direkt auf irgendeine Szene schon mal drauf einzugehen oder irgendwie schon mal eine Wertung rauszugeben. Und da wir bei uns das immer so handhaben, dass der Gast anfängt, Boris, dann darf ich dich mal kurz bitten, wie fand es denn diese Folge? Also ich bin geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es mit eine der besten Folgen, die wir bisher gesehen haben von Loki. Ich habe richtig Bock auf die neue Phase. Ich bin wieder voll drin im Marble-Warn, beide Daumen hoch. Okay. Patrick, wie ist es jetzt bei dir da aus? Ich fand die Folge davor ein Stück weit besser, weil es jetzt eben doch wieder in konventionellere Gefilde geht. Dadurch wird es wieder ein Stück weit vorhersehbarer. Ich bin tatsächlich da ein bisschen wieder zwischen euch beiden, weil ich finde, die Folge davor war stark, ja. Ich finde die jetzt aber nicht wirklich schlechter in dem Sinne. Ich finde, man hat von der Storybar ist sie jetzt nicht so stark vorangeschritten. Man hat natürlich einen Schritt vorangemacht, ja. Aber jetzt nicht so viel Information bekommen wie in der Folge davor. Aber in der Folge hier, in der Folge 5, gab es unheimlich viel zu entdecken. Und darauf gehen wir, denke ich, auch jetzt in unserem Gespräch näher drauf ein. Genau. Fangen wir doch einfach an. Die erste Szene. Es geht genau da weiter, wo die Post-Credit-Scene geendet hatte. Man sieht Loki erwachen oder ist schon wach vor den vier Loki-Varianten. Und es ist im Prinzip die gleiche Szene, nur aus einem anderen Blickwinkel. Dann gibt es einen Umschnitt in die TVA und man sieht so eine rotierende, langsame Kamerafahrt auf eine Tür zu fahren. Die Tür ändert sich in diesen goldenen Fahrstuhl. Auf diesem goldenen Fahrstuhl ist ja ein Muster zu sehen. Dieses ändert sich dann in diese Brücke von diesem Timekeeper-Raum, wo ja diese Timekeeper saßen. Dreht sich weiter auf den Schädel von einem dieser Timekeeper, der ja abgeschlagen worden ist, von Sylvie. Durch diesen Nebel, der um diesen Schädel wabert. Und dieser Nebel verwandelt sich dann in diesen Nebel aus dieser Welt, aus dieser Leere, wo sich Loki befindet. Wieder genau in diese Situation, wo er erwacht. Und diese anderen vier Lokis auf ihn warten oder vor ihm stehen. Loki fragt dann, was ist das für ein Ort? Wo sind wir hier? Wer seid ihr? Und Klassik-Loki, also ich sag jetzt mal Klassik-Loki, weil er ja in diesem klassischen Outfit ist, sagt ganz schnell, so aus einer Kanonengeschossen, das ist die Leere, das ist Elliot, wir sind sein Futter, mir nach. Ich fand hier schon mal die Übergänge sehr schön gewählt. Ich finde sogar, es hätte diese After-Credit-Scene in der letzten Woche nicht gebraucht. Dadurch hätten wir vielleicht so eine Woche so eine leichte Ungewissheit gehabt. Die After-Credit-Scene in der letzten Folge hat das halt so ein bisschen abgeschwächt, so diesen ungewissen Cliffhanger, fand ich. Ich denke, dass die einen Cliffhanger einfach gemacht hatten, um zu zeigen, euch zu Leute, Loki ist noch nicht tot. Denke ich auch. Denke ich auch, weil, also gerade für die Leute, die halt nicht so extrem im Marvel-Universum sind, dass Tod nicht gleich Tod bedeutet. Und das war ja bei Loki schon in Thor oder wie auch immer, dass der Tod bei ihm das nicht wirklich immer bedeutet. Und man auch gleichzeitig dann natürlich gesagt bekommt, hör zu, wenn man, wie heißt es, wie nennt man es? Stutzen, genau, das Stutzen. Dass das Stutzen auch nicht bedeutet unbedingt, dass man tot ist. Ja, davon ging man ja anfangs als jetzt einer, der vielleicht nicht die Comics immer so extrem liest oder der nicht so in der Materie drin ist, heißt es ja normalerweise, okay, die sind tot, man hat ja auch die ganze Zeit darüber gesprochen. Ja, richtig, es wurde ja auch mehrmals erwähnt, der ist jetzt tot von auch Renslayer und so. Ja. Aber ich stimme Patrick zu, natürlich, wenn man jetzt hier genau die gleiche Szene hat wie in der Post-Credit-Szene in der letzten Folge, hätte es die Post-Credit-Szene eigentlich nicht gebraucht. Bin ich schon. Ja. Also ich verstehe beide Seiten. So, bevor jetzt wieder irgendwelche Fragen aus der Community kommen, möchte ich erst mal aufklären, wer ist überhaupt Eliath? Wer ist das? In den Comics ist das ein Wesen, das sich von der Zeit losgerissen hat und in mehreren Zeitebenen existiert. Daher gerät Elias auch immer wieder mit Kang aneinander, weil Kang ist ja unser Zeitreisender, auf den es ja hier mehrere Anspielungen auch gibt. Hier allerdings in der Serie wird er jetzt als Schoß und als Wachhund von dem Nichts, also von der Lehre danach, also von dem Ende der Zeit praktisch degradiert. Dem Endgegner. Ja, sozusagen. Oder, ja, das ist der Schoßhund und Renslayer ist in den Comics ja auch die Freundin von Kang. Genau. Es ist alles nicht so, wie man es in den Comics gewohnt ist, es ist halt ein bisschen vereinfacht. Genau, dann kommt das kurze Intro wieder und dann sehen wir schon in der Timekeeper-Halle Sylvie vor Renslayer immer noch stehen mit diesem Stab und verlangt von ihr mehr oder weniger ihr Tempett. Und möchte die Wahrheit wissen, ist euch aber aufgefallen, dass es dann auf einmal einen Umschnitt gab und sie waren gar nicht mehr in dieser Halle von diesen Timekeepers und auf einmal in diesem Gerichtssaal vom Anfang? Ja, die haben wohl ein bisschen gequatscht, aber es war ein Umschnitt und Loki macht in der Folge auch so eine Anspielung auf die Zeit. Er sagt, er weiß gar nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist. Also, irgendwie hat die Zeit mal wieder einen Knick in der Serie. Aber das hat man ja des Öfteren, dass auch andere Charaktere immer wieder sagen, dass sie nicht wirklich wissen, wie lange sie hier schon arbeiten, wie lange sie schon für die TVA im Einsatz sind. Also, auch da hört man immer wieder, dass diese Zeitschnitte oder die Länge der Zeit da irgendwie auch nicht wirklich so eine Rolle spielt. Ja, richtig. Silvie erfährt jedenfalls hier im Gerichtssaal, wie gesagt, ich finde es immer noch sehr seltsam, es fühlt sich für mich an, als wäre eigentlich noch eine andere Szene zwischendrin gedacht gewesen. Oder wie sie jetzt in den Gerichtssaal gehen, aber den hätten sie jetzt einfach weggelassen. Sei es drum. Jedenfalls erfährt Silvie jetzt, dass die Gestutzten gar nicht wirklich tot sind, sondern nur verpflanzt wird. Das hat ja letztens, in der letzten Folge, unser Kollege auch schon so anhand von Pflanzen erklärt gehabt. Und jetzt sagen die es hier tatsächlich auch, die werden nur ans Ende der Zeit verpflanzt. Also, sie sind nicht wirklich weg oder tot. Da, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können. Genau. Die sind in der Müllhalde der TVA. So ungefähr. Genau. Und dann gibt es schon wieder einen Umschnitt. Und zwar sehen wir jetzt in der Leere unsere fünf Loki-Varianten, wie sie flüchten mit schnellem Füße, sage ich jetzt mal. Und Loki bittet halt um Pause und möchte endlich wissen, was hier eigentlich los ist. Und da ist mir aufgefallen, wie gesagt, ich achte ja auch immer so ein bisschen auf den Hintergrund. Da stehen ja mehrere Statuen, beziehungsweise abgeschlagene Köpfe oder Köpfe von alten Statuen. Und ein Kopf, der sah brutal Immortus ähnlich. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein Foreshadowing ist oder so ein Stüpfelchen hier. Guckt mal hier Immortus. Aber ja, es sah sehr ähnlich. Da waren wirklich einige verborgene Relikte. Wir haben ja auch gedacht, am Ende der After-Credit-Scene, das wäre der Avengers-Tower gewesen. Aber nein, in dieser Realität, wie wir später erfahren von Kid Loki, gibt es kein Avengers-Tower. Es ist nur derselbe Tower, nur eben nicht von den Avengers bewohnt. Gibt es da nicht. Richtig, richtig. Kid Loki klärt ihn ja dann mehr oder weniger auf, was hier los ist. Dass Alive halt die Neuankömmlinge oder alles, was hier reingestutzt worden ist, verspeist. Und der Classic Loki vergleicht das ja mit so einer Art Haifischbecken. Wo Ali Loki... Kroki sagen wir doch. Ja, Kroki, aber es wurde ja in der Folge jetzt gesagt, es ist kein Krokodil, es ist ein Alligator. Deswegen müssten wir jetzt eigentlich umdenken und nicht mehr Kroko-Loki sagen, sondern Ali-Loki. Aber ja... Ja, ist halt kürzer. Ja, richtig. Und die Zeit ist knapp. Stimmt. Ja, jedenfalls knurrt er kurz auf und Classic Loki meint da nur so, nein, das ist kein Krokodilbecken oder Alligatorbecken, sondern das ist ein Haifischbecken. Ja, Loki bringt daraufhin Ideen, wie man jetzt hier rauskommen könnte oder was man machen könnte. Und diese Ideen werden halt alle abgeschlagen von den anderen Varianten, weil schon probiert oder ergibt keinen Sinn. Zum Beispiel auch mit dem Tempett, dass man sich ja raus teleportieren könnte. Ja, Problem, wir haben keins. Also hier gibt es auch keine. Also er versucht wirklich Ideen zu bringen und es wird halt völlig abgeschlagen von den anderen. Ich finde es halt cool, wie dann immer wieder so die Details im Hintergrund sind, so dieser Thanos-Helikopter. Sie gehen dann auf jeden Fall weiter und da, wie du schon sagst, sieht man diesen Thanos-Hubschrauber, also den Thanos-Copter. Und das ist eine Anspülung auf einen Comic, Spider Super Stories 39, aus dem Jahr 1979. Dort benutzt nämlich Thanos diesen Thanos-Copter, um Hellcat anzugreifen. Und nach diesem Angriff wird Thanos von Cops verhaftet. Aber es ist ja ein alternativer Thanos. Es ist ja nicht der Thanos, den wir, sagen wir jetzt mal, auch aus den Filmen kennen. Ja, natürlich. Also auch wieder das Multiversum. Richtig. Natürlich. Diese Serie wird ziemlich mit Karojo aufs Multiversum hinsteuern. Was halt seit Doctor Strange Gefühl zu machen. Aber jetzt ist es endlich mal soweit. Richtig. Ich denke auch, dass es durchaus andere Zeitebenen oder auch so sind. Bild aber auch halt gleichzeitig auf die Comics drauf an. Deswegen muss ich das erwähnen. Sonst gibt es wieder Fragen aus der Community. Nein, alles gut. Jedenfalls gehen sie dann in den Bunker. Als sie in den Bunker steigen, da sieht man einen Hammer von Thor und ein Glas Frog, also den Frosch-Thor, den wir in der letzten Folge schon erwähnt haben. Der hüpft da im Glas nervös hin und her. Finde ich schön, dass sie den so schön eingebaut haben in dieser Erde mit diesem Eimachglas oder was das heißt, ja. Vor allem der farbige Thor, sagt dann, der Nexus-Event, den er ausgelöst hat, ist, er hat Thor getötet. Und deswegen hat er auch Thor's Hammer. Halt in der Bling-Bling-Variante. Aber ja, es ist Thor's Hammer. Ja, im Bunker unten angekommen, möchte Classic Loki natürlich wissen, warum er unbedingt zurück zur TVA möchte. Ob er da etwas Wichtiges vergessen hätte. Und Loki meint natürlich sowas in der Art, ja, er hätte da wohl was vergessen. Natürlich ist es eine Anspielung hier auf Sylvie, also er möchte zurück zu Sylvie, beziehungsweise möchte ihr helfen. Jedenfalls Umschnitt schon wieder in die TVA. Wir sehen Renslayer, wie sie durch Miss Minute veranlasst, Dateien nach der Gründung der TVA zu durchsuchen. Sylvie möchte aber lieber das Ende der Zeit erfahren. Also was interessiert sie, wie die TVA gegründet worden ist? Sie möchte wissen, wo es Möglichkeiten gibt, wo man sich verstecken kann. Also gerade nachdem sie erfahren hat, dass Loki nicht tot ist, sondern in einer Leere ist, möchte sie halt wissen, wo diese Leere sein könnte. Kam es dir aber nicht verdammt verdächtig vor, wie lange Miss Minute dein Files gesucht hat. Also das war wirklich so Zeitschinden pur. Und Miss Minute redet ja in der Folge auch so ein bisschen auf Renslayer ein. Also hier kommt schon mal die erste Theorie, wer jetzt der große Drahtzieher sein könnte. Es könnte irgendwie mit Miss Minute zu tun haben, falls es nicht sogar Miss Minute ist, weil Renslayer scheint wohl nur auf Miss Minute zu hören. Richtig. Vor allem auch, wie sie reagiert Miss Minute oder wie sie redet, so genervt teilweise. Ja, richtig. Also das ist mir in der Folge, wo sie sonst aufgetaucht ist, gar nicht mal so aufgefallen. Aber hier hat sie sich echt verdächtig verhalten. Aber sie sagt doch in einer Situation, bitte doch die Ravonna Miss Minute da um eine gewisse Datei oder halt um, und dann sagt doch Miss Minute, das ist eine sehr hohe Anfrage oder eine sehr große Anfrage. Also wie als, weil normalerweise gehe ich davon aus, dass da die Ravonna Renslayer eigentlich mit die höchste Sicherheitsfreigabe hat in der TVA. Und da wirkt es aber dann, ja, anscheinend nicht mehr. Und da wirkt es dann eher durch Miss Minute so, als, obwohl es irgendwie noch mal so ein bisschen nachfragt, bist du dir sicher? Also seltsam diese Situation fand ich für mich. Vor allem Miss Minute stößt sie später auf eine gewisse Datei, dieses Tarnboot, das später ja auch aufschlägt, die US R.D. Ridge mit der Tarntechnologie. Also die soll auch mal anscheinend in der Geschichte was gemacht haben. Und da haben sie die auch zurecht gestutzt, weswegen die da auch auf dem Schrottplatz gelandet ist. Ich glaube, da vermisch ich jetzt zwei Sachen, weil Miss Minute erwähnt dann, dass es einen leeren Schiff gibt, um Zeiten zu durchreißen. Und das Schiff, was du jetzt ansprichst, das kommt ja in der späteren Szene, das hat auch was mit Tarntechnik zu tun. Das habe ich mir vorhin rausgesucht. Die US R.D. Ridge. Genau, aber ich glaube, das vermischt gerade miteinander. Also ich glaube nicht, dass die zwei Sachen miteinander zu tun haben. Aber ja, sie merkt an, dass sie ein Prototyp haben, ein gewisses leeren Schiff, das in die Leere fahren kann. Genau. Ja, aber trotzdem, Miss Minute versucht auch hier unsere Ranshaw in so eine gewisse Richtung zu manipulieren. Ja, ist schon richtig. Vor allem, als Ranslayer ja dann noch sagt, ja, dann such mal danach oder nickt so zu. Dann braucht Miss Minute ja ewig, bis sie mal was, also die findet ja gar nichts. Die sucht ja und sucht ja und sucht ja. Für eine KI ist das ein echt armseliges Zeugnis, wenn das nicht so bewusst so gemacht ist, um die Leute da klein zu halten. Richtig, vor allem, wenn die KI Zeitreißen ermöglichen kann, aber dann eine Datei nicht findet. Ja, es ist wirklich verdammt verdächtig, die Miss Minute. Ja. Jedenfalls die Hinhaltetaktik, sage ich jetzt mal, die linkt es ziemlich, weil in dem Moment stürmen die Agenten der TVA diesen Gerichtssaal. Und Sylvie schafft es noch, sich hinter diesem Richterpult zu verstecken. Und Sylvie gesteht, dass sie ja beinahe drauf reingefallen wäre, auf ihre Taktik von Ranslayer. Oder war sie sogar kurz mal ehrlich, gibt sie ja noch so an. Warst du mal kurz ehrlich oder war das alles nur geflungert? Wenn sie ehrlich war, dann war das, um sie ein bisschen hinzuhalten, weil sie hat gemerkt, dass sie Sylvie nichts vorlügen kann. Also musste die mit der Wahrheit bei Stange halten. Also ich denke, dass Ranslayer auch nicht so hundertprozentig weiß, was abgeht. Sie weiß natürlich weitaus mehr wie die anderen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie zum Beispiel weiß, dass Morbius mal ein früheres Leben hatte. Oder die C20. C20 heißt sie, ne? Naja, das war in der Folge davor, haben wir das ja auch schon besprochen. Da merkt man schon allein in dieser Videoaufnahme, dass sie es weiß. Aber ich glaube nicht, dass die Ranslayer zu hundert Prozent weiß, wer hinter dem Ganzen steckt. Und ich glaube mal, also wer in der Lage ist, so drei Timekeeper zu erstellen, der ist auch in der Lage, so eine nervige KI wie die Miss Minute zu erstellen, die Zeit schenden kann. Also es war so, Ranslayer kam schon teilweise sehr ehrlich rüber. Aber die Frau ist der Boss eigentlich so, so der sichtbare Boss in der TVA. Abgesehen von diesen Timekeepers, die ja immer vorher erzählt worden ist und die ja dann sich als Roboter rausstellen. Aber sie merkt vielleicht, dass sie doch nicht so dieses Oberhaupt da ist, also dieser Oberrichter und so weiter. Und daher denke ich, auf der einen Seite hat sie selber Interessen herauszufinden, wie weit das Ganze geht und wer steckt denn überhaupt dahinter. Und ich glaube, das weiß sie wirklich nicht. Auf der anderen Seite, es ist immer noch eine Variante. Die Variante hat versucht, sie umzubringen oder die TVA zu zerstören. Das, an was sie immer alle glauben. Ja, ich glaube, die sitzt da so zwischen zwei Stühlen und entscheidet sich dann am Ende natürlich, klar, ihre Wachen zu holen. Und die Variante Sylvie im Prinzip erstmal dingfest zu machen, weil sie kann ja trotzdem noch Schaden verursachen. Ja, es gibt halt durchaus Situationen oder auch Szenen hier in der Folge, wo man denkt, okay, Renslayer ist doch auf der Seite der TVA. Und dann gibt es wieder Szenen oder einzelne Mimiken oder auch nur einen Ausdruck oder was es sagt, wo man denkt, okay, sie ist dagegen. Ja, also ich bin da auch schon bei dir. Mal gucken, wo es noch hinführt. Jedenfalls sprechen die zwei ja miteinander. Und bei dem Stichwort gute Erinnerung sagt ja Sylvie, eigentlich habe ich nur eine und stutzt sich dann selbst. Ja, wo ich erstmal dachte, mein Gott, was war das für ein dummer Move, aber wie hätte sie es anders machen sollen, wenn unsere Renslayer schon wieder versucht, sie zu betrügen? Also war das gerade das Einzige, was sie machen hätte können. Richtig. Vor allem, weil sie jetzt ja weiß, dass man, nachdem man gestutzt worden ist, dass man da gar nicht gar nicht tot ist, sondern halt in dieser Leere ist. Und sie möchte halt zu Loki, weil sie merkt, dass sie mit Loki besser dran ist, also nicht, dass sie das besser verwirklichen kann, ihr Plan oder ihr Vorhaben, als wenn sie jetzt hier allein in der TVA versucht durchzukommen. Gut, nächste Szene. Wir sind im Bunker und die erste Szene, wo wir sehen, ist ein Cut oder ein Blickwinkel direkt auf Roxy Wine. Wieder eine Anspielung auf Roxxon, fand ich ja sehr lieb. Mal wieder. Ja, genau. Also Roxxon ist hier in der Serie ziemlich oft vertreten. Ja, das ist wahrscheinlich so der Zeitreise-Discounter da. Ja, mag sein. So, jedenfalls sind wir jetzt wieder im Bunker und die Varianten sitzen gemütlich in der Runde, würde ich mal fast sagen. Jeder so auf seinen Sessel. Kroki in seinem Pool. Ja, und Kroki, genau. Ali Loki. Ja, Ali Loki. Genau, und die Varianten erzählen dann halt jeder ihre Storys. Wie du schon vorhin gesagt hattest, der farbige Loki mit dem Thorhammer erzählt, dass er Captain America und Iron Man besiegt hat und dann all Infinity-Steinen an sich nahm. Kroko-Loki. Stimmt, Kit-Loki hat der Thor gekillt. Ja, genau. Kit, genau wie du sagst, Kit-Loki erzählt, dass sein Bruder getötet hat. Kroko-Loki knurrt dann nur und meint halt. Übrigens, Kit-Loki ist auch einer der Young Avengers. Ja. Müssten wir ja immer erwähnen. Richtig, richtig. Meinst du, am Ende der Serie sehen wir Kit-Loki dann irgendwie aus diesem Nexus oder aus der Leere rauskommen und ist dann bei den anderen, dass es die Young Avengers geben kann? Weil wir wissen ja, dass es zu Young Avengers kommen soll, jetzt letztendlich. Ich denke, viele Anspielungen machen sie auch einfach, um uns Fans ordentlich zu triggern. Und dieser Kit-Loki hat schon einen Thor gekillt. Ob das jetzt so als diese gute Identifikationsfigur für die Young Avengers herhalten würde, bezweifle ich ein bisschen. Gut. Wobei unser Loki war ja auch nicht unbedingt unschuldig. Stimmt schon, er hat ein paar tausend Leute umgebracht. Was ich ganz lustig fand ist, als erzählt wird, wie Kroko-Loki eigentlich hierher gekommen ist. Denn er hat die Falschkatze des Nachbarn gefressen lassen. Und deswegen wird man gleich gestützt. Sehr komisch. Ja, es hat einen Nexus-Vorfall ausgelöst. Ja, das war wohl eine Torkatze, würde ich sagen. Kann schon sein. Sehr interessant fand ich allerdings die Geschichte vom Klassik-Loki. Weil er erzählt, dass er genau die gleichen Situationen durchgemacht hat, bis zu dieser Situation bei Thanos, wo er ihn in diesem Würgegriff hat. Nur, dass er diesmal nicht selbst da war, sondern es war eine Projektion von ihm. Und er hat sich dann als Raumschiff-Schrottteil oder so ein kaputtes Teil halt dann getarnt und ist auf einem einsamen Planeten gelandet und hat sich dann da mehr oder weniger verschanzt für eine sehr, sehr lange Zeit. Also er hat eine sehr lange Zeit im Exil, hat eine lange Zeit im Exil verbracht. Wir müssen überlegen, unser Loki, also Tom Hiddleston, ist ein tausend Jahre alter Loki. Old Man Loki sieht halt deutlich älter aus. Wie viele Jahrtausende hat der im Exil verbracht, nur um dann, als er dann endlich mal rausgekommen ist, dann direkt von der TVL gefasst zu werden. Also das ist wirklich ein sehr tragischer Loki. Wobei er ja wiederum auch erwähnt, also gerade dieser Classic oder Old Loki, wie man ihn nennen soll, ja auch erwähnt, dass das das Schicksal des Lokis ist. Weil alle Lokis, die man sieht, immer alleine und immer verbannt sind. Und immer, also da wirklich auch dazu verdammt sind, allein zu sein und zu leiden. Ja, richtig. Er sagt ja auch im Nebensatz, dass Lokis nicht sterben. Lokis sterben einfach nicht. Sie sind dann halt für sich. Sie flüchten. Genau, sie flüchten halt immer. Was ich dann lustig fand, ist, als er dann sich aufrappelte, um den Planeten zu verlassen. Also er zu sich gesagt hat, so, jetzt gehe ich mal wieder hinaus. Er vermisst sein Bruder. Er möchte den Planeten verlassen. Dann wurde er geschnappt von der TVL und gestutzt. Jedenfalls reicht es Loki dann mehr oder weniger, weil er sagt, er kann jetzt hier rumsitzen und nichts machen. Er will, er beschließt zu verschwinden und möchte was unternehmen, also was dagegen tun. Und die anderen Varianten, die lachen ihn da aus. Zum ersten Mal in der Folge, die lachen ihn in der Folge noch öfter aus. Ja, richtig. Genau. Und Loki geht dann einfach. Also unser Loki. Oh Gott, das ist schwierig mit so vielen Lokis. Und öffnet dann die Luke von diesem Bunker. Und da stehen mal ein guter Dutzend weitere Lokis dann auf einmal vor dem Eingang. Inklusive den Präsidenten-Loki. Genau, der Vote. Ich habe den Vote-Loki genannt, aber ja. Weil er kommt ja aus diesem Vote-For-Loki oder so. Genau. Da ist er halt ein Präsident. Ist euch aber aufgefallen, dass zwischen diesen ganzen Lokis auch einer aussah, wie der Absorbing-Man mit diesen komischen, diesen Dings-Helmen zum Einreißen von Gebäuden? Ja, ja. Nee, ehrlich gesagt, nein. Es waren auch so viele, ganz ehrlich, da war einer dabei, der hatte... Der sah aus wie ein Hunde. Ja, und da war einer dabei, der hat einen Fahrradlenker auf dem Kopf gehabt. Ja. Ist doch... Also ganz schön viele. Aber angeführt halt von unserem Präsidenten-Loki. So. Nächste Szene ist, Sylvie erwacht in einem Schulbus in dieser Lehre und wird direkt von Elias angegriffen. Sie baut dann zufällig eine telepathische Verbindung zu ihm auf und erfährt dann halt erstmal einiges über ihn, während sie nebenbei rennt. Da stelle ich mir schön scheiße vor, wenn man so ein Flashback kriegt, dann noch rennen zu müssen. So ein kompletter Input und dann die Füße noch in die Hand nehmen. Wobei man da ja das allererste Mal auch, nennen wir es mal, das Schloss am Ende der Zeit sieht, ne? Ja, das ist so ein Foreshadowing, genau. Man sieht so in Sekundenbruchteil ein Schloss. Ja. Und dann hört man schon von weiten Huben, denn es kommt ein Pizzalieferant an. Hätt echt nur noch so dieses Eiswagenhubengefitt, dieses Dede, 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 oder auch von den Dukes dieses... Genau. Und in diesem Pizza-Auto sitzt Mobius. Also sie wird praktisch von Mobius gerettet, in Form eines Pizzalieferanten-Auto. Und als sie flüchten vor Alive, ist mir im Hintergrund, wie gesagt, ich achte sehr auf den Hintergrund immer, ist mir eine Sphinx-Statue aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur wieder zufällig reingesetzt worden ist, aber auch die Sphinx-Statue hat in den Comics durchaus Relevanz, weil das Raumschiff von Kang hat er immer getarnt als eine Sphinx. Und so ist er zum Beispiel damals in Ägypten gelandet und sein Raumschiff war halt diese Sphinx. Ja, aber auch unser Kang wurde hier in Ägypten auch als Gottheit verehrt. Der hat das schon genossen. Deswegen passt auch das. Und gerade bei Kang wird es mit der Zeitreise wirklich extrem tricky. Auch was da an Varianten mit reinspielt. Ich habe da im Comic gelesen, da sieht man wirklich ein Dutzend Varianten von allen möglichen Marvel-Figuren. Dagegen ist Dark ein Witz. Ja, richtig. Ich würde mal sagen, wir kommen auf die nächste Szene, weil die ist jetzt echt kurios. Oder lustig, kann man jetzt sagen, wie man will. Wir sind nämlich wieder im Bunker. Und zwar sehen wir jetzt hier, wie die ganzen Loki-Varianten, praktisch vor den vier Loki-Varianten, die wir ja schon kennengelernt haben. Also diesen dunkelhäutigen mit dem Thor-Hammer, Kid-Loki, Classic-Loki oder Old-Loki und Groko-Loki. Und da kommt dann raus, dass der Thor-Hammer-Loki, sage ich jetzt einfach mal, ist egal, die anderen verraten hat. Und zwar an Vote-Loki, um den Standort zu erfahren. Also dass der Vote-Loki den Standort weiß von diesen Vieren. Und bei der Diskussion, wer jetzt der König sei, nachdem das vorgefallen ist, kommt raus, dass alle Loki-Varianten sich gegenseitig betrogen haben. Das fand ich so lustig. Ich fand es auch so herrlich, wie Tom Hiddleston dann einfach nur über sich selbst so gefacepumpt hat und dachte, ach Mann. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Das war für mich so der lustigste Moment in der Folge, wo er von sich selber so richtig hardcore genervt ist. Aber es passt halt auch einfach wieder zur Figur Loki, ne? Wenn man die anderen nicht verarschen kann, dann verarscht man halt sich selbst und wenn es nur die eigenen Varianten sind. Richtig. So wie Patrick sagt, er steht nur am Rand und hält sich alle Kopf und schüttelt den Kopf und denkt so, alter, sind die alle doof, ey. Ich meine, wenn man die Serie betrachtet, muss man schon sagen, dass der eigentliche Loki, den wir ja kennen, auch wenn er von den Avengers direkt kommt, von dem ersten Teil, mit so die meiste Verwandlung durchläuft. Richtig. In der ganzen Serie. Gerade in der Folge ist das ja auch stellvertretend für den inneren Konflikt. Die ganzen Lokis, die sich gegenseitig bekämpfen, das ist quasi eher aus anderen Etappen. Dieser hitzige Loki, das hätte er auch sein können, hätte man ihn nicht immer wieder mal ein bisschen so zurecht gestutzt. Also der Präsidenten Loki, der alte Loki hätte es sein können, hätte er, wie wir spekuliert haben, vielleicht eine Projektion auf Thanos losgelassen, die dann fake erwirkt worden wäre. Also es hätte er alles sein können. Und er durchläuft diesen Konflikt jetzt nicht gerade subtil, sondern er kriegt ihn mit Thorshammer quasi eingeprügelt. Und ich denke, das trägt ein großes Stück bei zu der Wandlung, die er in der Folge durchmacht. Richtig. Ich denke, dass er halt ziemlich schnell geläutert wird durch die Situation, die er jetzt sieht, genau. Und auch, weil er gesagt hat, er weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Also wir wissen, wir haben keinen Anhaltspunkt. Ist das jetzt ein Tag? Sind das drei Wochen? Ist es vielleicht ein Jahr, das dazwischen vergangen ist? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Loki aus Avengers 1 auch von diesen Zepter beherrscht wurde, das ihn nochmal düsterer gemacht hat. Alle, die von diesen Zepter beherrscht wurden, sind düsterer geworden. Also auch unser Hawkeye, der da ein paar Augen rausgerissen hat, hat da seine düstere Seite bekommen. Ich glaube, dass wir da auch erst wirklich Aufschluss bekommen, wenn diese Zeitlinie sich dann mal wieder mit dieser Zeitlinie, die wir immer regelmäßig vorgesetzt bekommen durch die nächste Phase und so weiter, die nächsten Filme, dass man da erst wirklich den Aufschluss bekommt, wie lang das Ganze war. Oder wir kriegen am Ende der Serie das dann nochmal haarklein aufgedröselt mit so einer schönen Timeline. Das fände ich auch einen geschickten Schachzug von Marvel. Vielleicht läuft die Zeit ja auch ganz anders. Du bist in der TVA, erlebst vielleicht nur ein, zwei Tage, ja, bewusst. Aber plötzlich kommt er später bei Thor, Love and Thunder plötzlich aus dem Nichts wieder hervor und es sind ja dann über zehn Jahre vergangen. Oder so wie bei Invincible auf dem Planet, wo ein Tag praktisch zehn Jahre sind und die Lebewesen, wo da leben, ja, ihr Altersprozess innerhalb von drei, vier Tage durchmachen, von Geburt bis zum Tod, ja. Oder auch wie in einem Dialog zwischen Renslayer und Sylvie bekannt wurde, weil da hat sie die Theorie gesagt, was ist, wenn all diese Zeitlinien da, die miteinander verflochten sind, nicht dafür da sind, dass das alles zu dieser Zeitlinie zusammenläuft, in der wir gerade leben, dass das keine Abweichungen sind, sondern wirklich, dass das alles zusammenläuft. Also Fakt ist ja, die Leute in der TVA altern nicht. Das können wir ja schon sagen. Und daher verläuft die Zeit dort definitiv anders da. Weil Renslayer und auch Morbius sind ja, boah, wie alt sind die denn? Kann man gar nicht sagen, ne? Nicht wirklich. Vor allem ist halt auch interessant, dass in der TVA selber auch keine Magie oder so funktioniert und keine Roboter zugelassen sind, weil Roboter werden ja aussortiert und direkt zerstört. Das haben wir ja gleich in der ersten Folge auch erfahren. Was ja dann das Interesse auf die drei Timekeeper wirft, ne? Richtig. Dass man da nicht herausfinden konnte. Und auf eine lahmarschige KI. Also ja, habt ihr super gemacht. Gut, kommen wir mal weiter. Genau, kommen wir mal weiter hier in der Folge. Und zwar bricht dann ein Kampf zwischen den ganzen Lokis aus, außer halt unserem Loki. Und unser Kroko-Loki macht den Peter Pan-Move oder auch Star Wars-Move, kann man jetzt sehen, wie man will. Dann beißt kurzerhand mal Präsidenten Loki die Hand ab. Du bist kein echter Skywalker, wenn du nicht mindestens eine Hand verlierst. Ich würde sagen, das ist der Skywalker-Move. Und meistens rechts. Ja. Richtig. Was ja bei ihm auch so ist. Ja, genau. Ja, Loki ist ein Skywalker. Jetzt wissen wir es. Ich finde die Reaktion halt von ihm so stark. Er guckt seine abgebissene Hand an und macht so den Stumpf und so schreit einfach nur. Da habe ich aber wiederum mich mal ein bisschen schlau gemacht im Internet. Und da habe ich herausgefunden, dass es auch ein Hinweis auf Thor The Dark Kingdom sein soll. Und zwar auf diese Szene, wo er Thor als Fake die Hand abschneidet. Und er macht genau dasselbe Geräusch wie Loki. Also genau dieselbe Art. Also das soll auch so ein Kick in die Richtung sein. Ja, letzte Folge, wo der Loki ähnlich erstochen, wie er Kursen erstochen hat. Also all das, was er den Leuten angetan hat, spiegelt sich. Ja, kriegt er wieder zurück. Richtig, richtig. Das ist ja ein schöner Verweise. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Während deinem Kampf flüchten dann die, ich sag mal, ehrlichen Lokis, die ja mittlerweile ... Die befreundeten Lokis. Ja, die aber auch geläutert sind. Der Alder hat schon gesagt, er braucht diesen Mist nicht mehr, was die Lokis durchmachen. Mhm. Der Kid-Loki hat das schon von sich gesagt, dass er den Mist nicht mehr braucht. Unser Loki selber ist auch schon so geläutert, dass er sagt, er braucht diesen ganzen ... Verrat. Verrat und so, genau. Und Grogu, gut, der kann nicht sprechen, aber der geht halt mit. Der hat mitgeröhrt. Mitgeröhrt, genau. Genau, und die vier beschließen auf jeden Fall halt zu flüchten. Ja, ich finde auch stark, dass unser Old-Loki oder dieser Klassik-Loki diese Trugbilder macht und lässt sie praktisch weiterkämpfen, obwohl sie selber gerade abhauen. Das zeigt ja schon mal, wie viel Kraft er selber hat, finde ich. Also interessant finde ich immer wieder bei diesen, gerade bei diesen Loki-Varianten, ist diese unterschiedliche Macht, die sie besitzen. Und die Fähigkeiten. Also der eine, ein bisschen weniger, dann sind da schon extrem starke, weil zum Beispiel der, der sie ja verraten hat unten, der farbige Loki, sehe ich jetzt ... Nennen wir ihn einfach den Bling-Loki. Den wem? Bling. Bling-Bling-Loki. Okay, den Bling-Bling in seiner Mega-Rüstung-Loki, ja. Da sieht man ja auch nicht wirklich, was er für eine Macht hat. Richtig. Okay, er hat einen Hammer. Wow. Bei Präsident-Loki, ja gut, sieht man auch nicht wirklich, was er kann. Ja, aber die Mächte sind schon sehr unterschiedlich. Je nach Universum. Man sieht ja auch ein paar Energiestöße und so von manchen Lokis, ja. Aber so stark wie halt Old-Loki, jetzt eine Energie oder ein Truppbild in diesem Fall, genau, ist halt bisher noch nicht da. Ich finde, ich denke auch, dass er durch sein Alter oder diese Zeit, wo er halt auf diesem Planeten hatte, auch viel dazugelernt hat. Ja, die Werdegänge sind halt anders. Ja, richtig. Mich erinnert diese grüne Power so ein bisschen an Green Lantern, muss ich dazu halt sagen. Ja, okay, da hast du recht. Solange er jetzt keine Laterne rausholt, um sich aufzuladen. Richtig. Sie flüchten ja dann durch ein grünes Portal nach draußen, also von dieser ganzen Meute weg. Und da regt sich halt Old-Loki richtig auf, dass es nicht sein kann. Die Idioten, die lernen überhaupt nichts. Und ist halt richtig rasend vor Wut, dass die das einfach nicht sehen. Und in diesem Gespräch beschließen sie dann halt, Loki bei seinem Plan zu helfen. Also mit Elias. Ja, ihn zumindest mal hinzubringen, ne? Ja, genau. Also ihm dort zu geleiten, sag ich mal. Genau. Gut, dann in der nächsten Szene sehen wir Sylvie und Mobius im Auto sitzen. Sie fahren natürlich weiter. Mobius dachte, also im Gespräch dachte halt er die ganze Zeit, dass sie eigentlich die Guten sind. Und Sylvie wirft ja dann nur ein Vernichtung von Realitäten. Echt jetzt? Und er sagt ja dann nur zu, wenn man davon überzeugt ist, ja. Der Zweck heiligt die Mittel. Richtig. Richtig. Und Sylvie schmiedet ja auch dann den Plan und will dann umkehren. Also praktisch wieder zurück zu Elias fahren. Und da ist mir im Hintergrund aufgefallen, also in diesem Cut nach draußen, da liegen ein Haufen Leichen von Centauri. Ja, es liegt ja ein Schiff von denen da auch rum. Ja, aber erst in der späteren Szene. Aber ja, richtig. Auch das Mutterschiff von Thanos ist mir aufgefallen, ja. Genau. Dann gibt's wieder einen Cut zu diesen vier Loki-Varianten. Und sie laufen halt Richtung Alive. Und da, ich weiß nicht, was der Kid-Loki in der Hand hat. Eine Fernbedienung oder sowas? Ich konnte's nicht richtig deuten, was das war. Das war das Messer. Nee, das sieht eher aus wie eine Fernbedienung. Nee, das sieht ein bisschen aus wie so eine Drohnen-Lenkmaschine irgendwie. Also so eine Fernbedienung dafür, eine Drohne oder sowas. Richtig. Und ich weiß aber nicht, ob das dafür da ist, jetzt einen Gegenstand aus einer anderen Realität herzuholen oder ob das wie ein Kompass gilt oder funktioniert. Also keine Ahnung. Also die Funktion von diesem Gerät wird ja nicht schlüssig. Vielleicht ist es auch wie so ein Ektometer, was die Strahlen oder die Kraft vom Elias aufweist und wo man dann, in welche Richtung man gehen muss. Also schon wie so eine Art Ektometer, aber mit Kompass. Okay. Also so eine Art Navi zum Alive. Genau. Okay. Ist jetzt nicht so, als müssten sie das Rauchmonster einfach mal großartig anpeilen, aber ja, du brauchst dafür ein Gerät. Sieht besser aus. Im Prinzip müsstest du nur schreien und das Vieh wird auf dich zufliegen. Haben sie ja gesagt. Genau, genau. Richtig. Und sie bleiben dann auf einer Anhöhe stehen und vor ihnen erscheint dann, oder ein bisschen weiter weg, erscheint dann dieses Schiff US-Eltridge. US-Eltridge, ja. US-Eltridge, genau. Entschuldigung. Und mich hat das interessiert, weil ich kenne dieses Schiff nicht. Boris, kennst du das als alter Veteran? Ja, als alter Veteran, als wenn ich jedes Schiffchen kenne. Nein, aber ich weiß, dass du dich im Panzer sehr gut auskennst und in so Fahrzeuge allgemein aus der Bundeswehr. Also die USS Eldridge ist ein Geleitzerstörer der US-Navy und stammt eigentlich aus den 40er Jahren. Ja, wurde, also die offizielle Geschichte ist im Prinzip, es ist 43 auf Kiel gelegt worden und 92 außer Dienst gestellt worden, aber dann bei den Briten, äh, bei den Griechen, Entschuldigung, weil die Amerikaner haben das 51 an die Griechen weitergegeben oder übergeben. Ja, und dann hieß es auch nicht mehr USS Eldridge, sondern Leon D-54. Und das Besondere aber an diesem Schiff ist, dass das Schiff von einer, von einem Mythos behangen ist, ja, und das sogenannte Philadelphia-Experiment. Und davon habe ich auch schon mal was gehört gehabt. Das war wie eine Art Tarnkappen-Tarntechnologie, die die Vereinigten Staaten versucht haben zu entwickeln über mehrere Jahre hinweg, um einfach diese, die, die, die Verluste zu reduzieren natürlich auch. Und da hieß es dann, ja, dass es über 500 Kilometer erst dann wieder gesichtet worden ist und, also, ein absoluter Mythos und das wurde jetzt einfach mal in Loki reingebracht. Ja, ganz lustig, weil, weil eigentlich, wo ist es hin? Ja, also, dieser Mythos sagt auch, diese USS Eldridge ist irgendwann verschwunden und man weiß bis heute nicht wirklich, wo sie ist und diese, dieses Schiff, was man übergeben hat an Griechenland, das ist gar nicht die USS Eldridge. Anderes, genau. Das habe ich nämlich, das habe ich nämlich, nachdem ich nämlich wissen wollte, was für ein Schiff das ist, habe ich das nämlich auch rausgefunden. Und dieser Herr Karl Meredith Allen, der beschreibt, dass die Besatzung des Schiffes, also der Zustand verheerend gewesen wäre, nämlich einige werden mit dem Schiff verschmolzen, andere werden verbrannt, manche werden spurlos verschwunden, andere hätten geistigen Schaden davon genommen. Und nach Jahre später oder noch Jahre später sollen vereinzelte Beteiligte spontan in die Luft gegangen sein oder sich einfach aufgelöst haben. Also, es besteht schon ein richtiger Mythos um dieses Schiff hier. Genau. Und jetzt weiß man auch, wo es wirklich gelandet ist. Genau, nämlich in der Leere bei Loki. Vor allem, es taucht ja auch auf einmal plötzlich auf. Also, die Tarntechnologie hat da gerade erst ausgesetzt, als wir das zu Gesicht bekommen. Sagen wir mal so, die Tarnvorrichtung hat funktioniert. Und du siehst auch auf einmal die ganzen Soldaten, die da verwundert starren und, äh, wo sind wir jetzt hier gelandet? Interessant finde ich aber eher, wie kommt die, oder wie kommt allgemein, das muss ja gar nicht die USS Eldridge sein, sondern wie kommt ein Zerstörer, den kann man ja nicht wirklich stutzen. So, der wurde jetzt nicht gestutzt. Ist das jetzt eine Variante? Ja? Und wie kommt der bitte in die Leere? Also, wir haben ja in den Folgen davor kennengelernt, diese, diese kleinen Kapseln, die dann den Rest des Zeitstrangs stutzt, also alles praktisch verschwinden lässt. Und ich denke, dass da wohl eine Variante vorgekommen ist auf diesem Schiff und die TVA diese Kapsel dann benutzt hat und das Schiff daraufhin verschwunden ist. In etwa auch so eine Kapsel, mit der sie den Mittelaltermarkt da gestutzt haben, bei anderen Zeitsträngen. Dann müsste der ja aber auch in der Leere wieder zu finden sein. Ja, natürlich, aber die Leere ist halt ziemlich groß. Ja, anscheinend, ne? Ja, da kannst du dich alles zeigen. Also, was die alles da gestutzt haben und zurückgesetzt haben, also, das sind unzählige Welten, die da vorkommen müssen in dieser Leere. Wahrscheinlich sind da auch die ganzen Kassetten von diesem Videospiel von E.T. Das kann gut sein, ja. Was ich lustig fand, ist, während Elias ja dieses Schiff attackiert, schmiedet ja logisch von diesem Plan, während er abgelenkt ist, schleicht er sich von hinten an und ersticht dann einfach. Den Nebel. Den Nebel, genau. Aber als er dann merkt, wie schnell er dieses Schiff vertilgt hat und die ganze Besatzung, sagt er nur so, ich glaube, wir müssen ein bisschen länger darüber nachdenken. Genau. Und Kid Loki bemerkt ja dann schnell darauf hin, dass sich ein Auto nährt und vermuten ja erst, dass es Kannibalenfeinde sind. Also, egal, ob es Kannibalenräuber sind oder Kannibalenpiraten, auf jeden Fall Kannibalen halt Feinde. Aber als Loki dann Silvi sieht, rennt er gleich auf sie los, also auf das Auto. Und Old Loki meint halt dann nur noch, er versteht das nicht. Ist er ein Feigling oder einfach nur tapfer? Jedenfalls freut er sich beide wieder zu sehen, sowohl Mobius als auch Silvi. Erkundigt sich, wie es beide geht und wie sie überhaupt hierher gekommen seien. Und Silvi meint ja dann nur zu ihm, sie dachte, er könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wobei er dann so verschmitzt lächelt und seine, wie sagt man, Hände in die Hüfte stellt. Peter Pan-like. Peter Pan-like, können wir sagen, genau. Dann kommen die anderen Varianten hinzu. Silvi will die dann gleich angreifen und Loki hält sie jetzt zurück und meint so, nee, 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 das sind meine Freunde, das sind die anderen Varianten. Und klärt sie halt über diese Varianten auf. Das ist Old Loki, das ist Kid Loki, das ist Groko Loki. Und sie kommt dann irgendwie aufs Gespräch von dem Plan von Loki, dass er halt Alive töten möchte und Silvi sagt einem gleich, das ist blöd. Das ist eine blöde Idee. Sie möchte ihn lieber verzaubern und da kommt ja so ein kleines Streitgespräch. Das schaffst du nicht, doch, das schaffst du, das schaffe ich schon. Wo Mobius ja dann nur noch meint, da hat jemand Selbstvertrauen. Ja, sie erwähnt ja aber auch, dass sie ja Kontakt hatte. Ja, genau. Erwähnt ja, dass sie Kontakt hatte und schon so ein bisschen so eine Art Foreshadering hatte, also dass sie was gesehen konnte. Genau, dann verlassen wir schon wieder die Szene und sind dann wieder in der TVA. Denn hier sind wir jetzt in dem Verhörraum, also in diesem Time Theater, wie es ja heißt. Und hier ist B-15 in so einem kleinen Separé, in so einem kleinen Nebenraum eingesperrt. Und hier kommt es zwischen den zwei zu einem Gespräch. Und Renslayer wirft ihr ja in Loyalität vor, wo B-15, dann meint gegen wen in Loyal. Weil ich habe ganze Zeit an die Timekeeper geglaubt und habe denen auch gedient. Und letztendlich haben wir herausgefunden, dass diese Timekeeper nur Androiden sind und nicht wirklich die herrschende Kraft hier bei der TVA. Ja, der schöne Zauberer von Osmove. Also da wären auch einige von Glauben abgefallen, hätten sie das gewusst. Und Renslayer möchte ja wissen, was Sylvie antreibt, also warum sie überhaupt das alles in Angriff nimmt oder warum es so weit geht. Und B-15 sagt einfach nur Vergeltung. Sie möchte die Zeithüter töten. Jetzt, wo sie weiß, dass es die Zeithüter nicht wirklich gibt, möchte sie diejenigen töten, die sie erschuf, also die, wo die Zeithüter erschaffen haben. Oh Gott, Deutsch. Und sie überweist auch wieder auf den Fakt, dass sie ein eigenes Leben hatte vor der TVA. Und das ist ja auch der Punkt, der sie wirklich dazu anspornt, sich gegen ihren eigenen Arbeitgeber, ihr eigenes Leben zu wenden. Alle, die von ihrer Vergangenheit erfahren haben, haben sich gegen ihren Arbeitgeber gewendet. Wer sagt ihr nicht, dass sie auch einen Flashback hatte? Also sie fängt ja auch so langsam an zu hinterfragen. Aber ich finde das gut, dass wir es noch nicht genau wissen. Auch wenn die Schauspielerin gesagt hat, in der nächsten Folge werden wir von Renslayer genug erfahren, dass wir auch sie verstehen werden. Richtig. Renslayer verlässt ja daraufhin den Verhörraum und veranlasst dann bei Miss Minute alle Dateien von der Erschaffung der TVA zu bekommen von ihr. Als Miss Minute danach fragt, warum, dann sagt sie ja in so einem komischen Tonfall, das ist wieder der gleiche Punkt, wo Boris ja schon angemerkt hatte, sie möchte die Person beschützen vor Sylvie und muss daher wissen, wer die TVA erschaffen hat. Und wie sie das aber, also wie sie das sagt, also diese Formulierung, da ist man sich wieder unsicher, auf welcher Seite ist Renslayer jetzt? Will sie die Person wirklich beschützen oder will sie nur der Sylvie praktisch zuvorkommen? Ich denke halt, der Drahtzieher, so albern es klingt, wir haben ja alle schon spekuliert, wer könnte der Drahtzieher sein? Ist es vielleicht Mephisto? Ist es einer der Zeitwächter? Ich glaube, dass die Person, der wir am Ende gegenüber treten, wahrscheinlich auch eine Variante von Loki ist, die das Ganze kontrolliert. Der Overlord-Loki. Also ich muss sagen, irgendwas passt bei der Renslayer für mich ebenfalls nicht so zusammen, weil ich erinnere mich jetzt auch noch, ich weiß nicht, welches Folge es war, ob es jetzt die vierte oder die dritte Folge war, da hat man noch bevor das alles mit diesen Timekeepern, da war ja noch so, dass der Loki unbedingt ja einen Termin bei denen wollte und mit denen sprechen wollte und dann sieht man Renslayer auch zu den Timekeepern fahren und auch in die Tür reingehen und dann geht die Tür zu und man sieht ja noch nicht die drei Heiligen da drinnen. Und warum, also wenn sie wüsste, dass da mehr dahinter steckt, warum geht sie dann da rein? Warum tut sie da so, als wenn sie mit diesen Timekeepern über die Zukunft spricht oder was sie noch machen kann oder wie auch immer, das passt irgendwie. Also ich glaube weiterhin nicht, dass sie wirklich weiß, wer hinter dieser ganzen Angelegenheit steckt. Vor allem die Szene, wo du ansprichst, da ist sie auch noch ehrfürchtig vor diesen drei. Richtig, da kniet sie ja auch noch oder sowas. Genau, genau. Und man sieht ihrem Gesicht an, dass er sichtlich nervös ist. Genau, weil man nicht so alltäglich einfach mal zu den Timekeepern reinkommt. Und warum, wenn ich wüsste, dass das ja nur, also es stehen ja nur zwei Wachen drin. Ja, who cares? So, die sind mit eingeweiht, also es interessiert keinen. Wenn ich weiß, dass das ja drei Roboter sind und dahinter steckt, aber eigentlich eine viel höhere Macht, dann tue ich mich ja nicht verneigen. Oder so ehrfürchtig gucken, oh mein Gott, das sind die Zeiterschaffer. Oh, denen diene ich hier mit Leib und Seele. Also das passt einfach nicht für mich. Ich glaube, sie will jetzt die Machtposition an sich reißen, weil sie macht das fertig, dass sie die ganze Zeit die Untergebene war von irgendwelchen Robotern. Also sie fühlt sich jetzt richtig verarscht. Und sie will einfach in der Hierarchie nach oben steigen, denke ich. Aber warum sagt sie dann zu Miss Minute, ich will die Person beschützen? Ja, gerade in diesem unterschwelligen Ton. Das finde ich halt auch komischer. Also ich denke, dass wir da die Auflösung in der nächsten Folge kriegen. Ja, bestimmt, aber Miss Minute wirkt halt auf mich auch echt wie eine seltsame KI, die dich vielleicht auch so ein bisschen abhört, würde ich sagen. Vielleicht schenken wir der Miss Minute einfach zu viel Aufmerksamkeit. Vielleicht sollte man sie einfach mal nur als Uhr im Stile von Fallout Boy. Diese Art und Weise. Auch der Stil, wie das gezeichnet ist oder so dargestellt ist. Der Comicstil ist ähnlich, richtig. Der Comicstil ähnelt unglaublich dem Fallout Boy. Ja gut, wie gesagt, müssen wir nächste Folge abwarten. Das ist alles jetzt auch wieder Spekulationen, können wir eigentlich noch nicht wirklich deuten. Wir müssen einfach mal gespannt sein. Ich würde mich halt totlachen, wäre Miss Minute sein, der Endgegner. Das ist so eine riesige Uhr. Und wir wissen ja, Marvel ist dafür bekannt, falsche Pferden zu setzen. Richtig. Und feige zu sein. Also Marvel ist auch bekannt dafür, große Bösewichts anzuteasern. Ja, die am Ende dann eher pfeifen sind. Richtig, aber da kommen wir vielleicht bei unseren Spekulationen dazu. Da haben sie ja auch schon einige verbrannt. Mephisto wurde die ganze Zeit so angeteasert und dann sagen sie uns im Nachhinein, ja auch, wir wussten ja gar nicht von Mephisto. Ja genau, dafür habt ihr verdammt viele Teaser auf den eingestreut, weil ihr den so gar nicht kennt. Super Idee, Marvel. Das war ja schon in WandaVision so. Ja, das meine ich ja. Meiner ja gerade. Ach so. Gut, egal, wir kommen mal, gehen wir mal weiter. Und zwar sehen wir jetzt Mobius mit den drei Varianten in einer kleinen Hütte sitzen. Also die drei Varianten ist halt Old Loki, Kid Loki und Groko Loki. Und sie reden halt, welche Varianten er schon gesehen hat. Und dabei fällt ihm auf, dass er Groko Loki noch nie begegnet ist. Also war jedenfalls nicht dabei. Und Kid Loki fragt ihn ja dann noch, was er dann vorhat, wenn er wieder in der TVA ist. Und er sagt, also Mobius sagt dann, er will allen die Wahrheit wissen lassen. Es ist nie zu spät, sich noch zu ändern. Also man kann sich jederzeit ändern. So, das ist so seine Kernaussage letztendlich. Mit dem Satz stößt seine Entwicklung in Old Loki an. Ja, richtig. Und dann gibt es einen Umschnitt auf Sylvie und Loki. Die sitzen nämlich draußen vor der Hütte. Und erst reden sie über Mobius, dass er ein guter Kerl ist und gleichzeitig aber auch ein schlechter Kerl. Deswegen mag Loki ihn auch so, weil er halt beides verkörpert. Nebenbei merkt Loki halt an, dass es kalt ist und zaubert sich dann so eine Decke her, die die Farben von Frigas Mantel, glaube ich, hat. Oder Kleid. Nee, Mantel war es, glaube ich, ne? Das war ihr Mantel, ja. Genau. Dann kommen sie irgendwie auf Mobius und seine Nexus-Theorie zu sprechen, dass sie halt gefunden worden sind in La Ventis, als sie ihre Gefühle praktisch gezeigt haben. Und kommen sich dann schnell, also kommen dann schnell auf den Punkt, dass das Quatsch ist. Also sie reden so drumherum. Dann öffnet Sylvie ihm ein bisschen so das Herz, dass sie halt keine Freunde hat und noch nicht weiß, wie sie mit so einer Situation umgehen soll, wenn Leute zu ihr halten oder überhaupt Leute da sind, die ihr helfen. Und Loki zaubert dann in dem Moment auch die Decke um sie, dass sie dann praktisch auch warm hat. Ja, ich war halt froh, dass die nicht Sex hatten, weil wenn sie ein Händchen halt schon sowas auslöst, dann macht Sex wahrscheinlich so einen Big Bang. oder erschafft eine neue Welt, aber sie sind sich halt so ein bisschen so im Mulder- und Scully-Stil näher gekommen, ohne sich zu berühren. Aber man hat gemerkt, sie kommen sich näher. Und sie meint dann auch, ja, wie kann ich sicher sein, dass du mich nicht verrätst? Und ich denke, ey, du bist eine Loki, das liegt in eurer DNS, euch zu verraten. Das hat die Folge uns jetzt auch schon dutzend Mal gesagt, dass Lokis sich gegenseitig verraten. Da kannst du nie sicher sein. Also ich denke, dass da Marvel zum richtigen Zeitpunkt die Bremse getreten hat. Dass sie nicht nochmal den Fehler wiederholen, was sie in Star Wars Episode 9 gemacht hatten. Mit dem Kuss zwischen Rey und Kylo Ren. Dass man da gesagt hat, okay, hier machen wir einen Stopp. Weil es hätte auch, glaube ich, nicht dazu gepasst, dass die beiden sich küssen oder über die emotionale Ebene hinausgehen. Wart erst mal Folge 6 ab. Das ist ja nicht gesagt, dass das nicht noch kommt. Wollte gerade sagen, weil sie reden ja in diesem Gespräch auch über Vertrauen und letztendlich dann auch über ihre Zukunft. Wo er ja dann noch, also beziehungsweise beide sagen ja, sie wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Und er sagt dann vielleicht aber auch gemeinsam. Das könnte ja auch nicht unbedingt nur als Paar gelten, sondern als Tag Team. Aber es gibt schon so ein bisschen so das Gefühl, dass da bei ihm auf jeden Fall mehr ist, wie man jetzt. Jetzt würde ich mal die Definition davon hören. Wie ist denn das, wenn man mit seiner eigenen Variante? Das ist eine gute Frage. Das habe ich auch schon gedacht. Vor allem, wenn die zwei dann ein Kind kriegen. Ist das dann ein Nexus-Sprenger? Ja, genau. Ist das der nächste Nexus-Vorfall? Ja, keine Ahnung. Sein eigenes Inzuchtkind, aber ich bin das als Dr. Who-Fan eigentlich gewohnt. Da gibt es den Master. Das ist so die böse Version von Dr. Who. Und sagen wir mal so, der hat auch ganz gerne mit seiner eigenen Variante rumgespielt, also mit seinem Vorgänger oder mit seinem Nachfolge-Ich. Also die waren auch voneinander sehr angetan. Richtig. Gut, ich gehe mal einfach weiter. Ja. Ich glaube, wir lassen das Thema einfach mal so stehen. Wir warten die sechste Folge ab und erzählen wir weiter. Du willst doch nur die negative Resonanz. Das geht ja nicht umsonst, die Folge Sex. Genau. Oh Mann, ey. Da gibt es zwei Euro in die schlechte Witze-Kasse. Ja, komm, wir sind gerade in Late-Night-Format. Wir nehmen um halb zwei auf. Da wird es halt ein bisschen versauter. Ja, kein Ding. Gut. Nächste Szene. Wir sehen so ein komisches Hühnervieh. Ich weiß nicht, das kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann es nicht deuten. Also ich weiß nicht, wo ich das reinstecken soll, aber es kam mir bekannt vor. So ein Ausrufezeichen-Huhn. Also ich war auch ein bisschen verwirrt. Liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt noch hört, erklärt uns über die Hühner auf. Ja, über diese I-Hühner. Genau. Und dieses Huhn steigt halt auf den Panzer, also macht praktisch so eine Kamerafahrt, dann auf einen Hügel, wo dann alle stehen, also alle Varianten und auch Mobius. Und sie sehen auf Alive in der Ferne. Und hier sieht man im Hintergrund das zerstörte Schiff von Thanos. Das, was wir ja vorhin auch schon gesagt hatten, das sieht man da auch nochmal ganz gut. Ja, wir haben auch einen Hellcarrier gesehen, einen zerstörten. Also alles Verworfene. Ich hätte mich nicht gewundert, wäre da eine Leiche von dem alten, ungeliebten Deadpool gewesen. Er ist angekommen im Marvel-Universe. Ey, das wär's doch. Oder so eine Adamantium-Kralle. Wir haben ja auch immer ... Also was man gesehen hat, und das ist selbst mir der, sagen wir mal, so ein bisschen auch weniger mit den Comics. Klar, man hat schon mal Marvel-Comics gelesen, etc. Aber das ist mir auch aufgefallen. Jetzt weiß ich nicht, ob das genau in dieser Szene war. Da kannst du mich gerne berichten, Sam. Und zwar, ich bin der Meinung, eine Statue gesehen zu haben, einen Kopf. Und zwar The Living Tribunal. Doch, das war's. Ja. Ist das in dieser Szene? Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Bin ich der Meinung, The Living Tribunal gesehen zu haben. Und da du den jetzt erwähnt hast, darfst du den dann auch für unsere Community erklären, wer das ist? Also ich kenne es nur ... Ich kenne ihn natürlich aus den Comics, klar. Ja, und zwar als überall dimensionales Wesen. Ja, also als eine kosmische Einheit, kenne ich ihn, der, wenn man es so nimmt, mit einer der stärksten Einheiten im ganzen Universum oder auch im Multiversum dafür ... Also er ist der Safeguard, also die Security des Multiversums. Und so kenne ich ihn. Ja, genau. Er ist eine sehr starke Entität von diesem, genau. Was auch wieder natürlich der Zaun ins Gesicht ist, ne? Wieder das Multiversum. Ja. Wieder. Und wir haben auch einen Yellow Jacket-Helm. Stimmt. Der Folge ... Ja, stimmt. Der Yellow Jacket war ja quasi der Gegner von Ant-Man. Oder eben, wenn man Ant-Man kennt, einen der gespaltenen Persönlichkeiten von Ant-Man. Na gut, im offiziellen Teil 1 ist es ein echter Gegner, also keine gespaltene Persönlichkeit. Genau. Genau, den Helmstar sah man auch irgendwo. Und der ist ja auch verschwunden. Ja, genau. Gut. Ich würde sagen, wir kommen aber jetzt wieder zurück auf die Szene. Weil wir sind schon ... Oh, Zeit, 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 Zeit. Oh, ja. Wir ... Jedenfalls, Sylvie erklärt dann nochmal den Plan, den sie vorhat. Sie möchte den Alive verzaubern. Auch aus dem Grund, weil sie schon Berührung mit ihnen hatte und halt so ein leichtes Foreshadowing hatte, was sich hinter der Leere befindet. Sie überreicht dann Loki, das Attempt, und er sagt dann, nee, er bleibt hier bei ihr. Also er geht dann zurück zur TVA, sondern er bleibt bei ihr und überreicht dann Mobius, dieses Gerät. Und die verabschieden sich dann halt wie Freunde. Also beziehungsweise Loki sagt ja noch, mein Freund, und umarmt ihn dann noch herzlich. Wo Mobius dann dann noch sagt, du warst mein Liebling oder du bist mein Liebling. Sagt er nicht zu ihm, sondern er schaut da bei Sylvie an. Sylvie an, genau. Aber er fasst das ihm halt ins Ohr. Ich fand davor den Satz schön, wo Loki ihn fragt, was er dann bei der TVA machen will. Und die ganze Zeit war das am Anfang. Wusste er ja nicht, was er machen will. Dann wollte er alle aufklären. Und jetzt, wo er zur TVA hinmarschiert, da will er den Laden niederbrennen. Loki hat in ihm diesen einen Funken entfacht. Genau, richtig. Genau, und als dann Mobius durch das Portal gegangen ist, gibt Kid Loki ein Schwert. Und das Schwert sieht aus wie das Schwert von Soutour, nur in kleinen Versionen. Also Soutours Schwert ist ja riesig. Soutour kennt man aus Thor 3. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr zu erklären. Jeder, wo Thor 3 gesehen hat, kennt Soutour. Soutour, das war das große Feuerwesen, auf das sich der Hulk noch so schön geworfen hat. Richtig, genau. Und dieses Schwert, was er halt jetzt von Kid Loki erhält, sieht genauso aus wie dieses Schwert von Soutour. Wobei es das erste Mal ist, dass Loki dargestellt wird als Loki, wie man ihn auch aus der Geschichte kennt. Also Loki wird normalerweise in der germanischen oder in der Wikinger-Geschichte einem kleinen Schwert dargestellt. Genau, genau. Und das ist, weil unser Loki, den wir ja alle kennen und lieben, normalerweise immer nur mit seinen Messerchen rumhantiert. Und jetzt nimmt er das erste Mal die göttliche Gestalt zumindest mal an, wie man ihn eigentlich aus dieser Wikinger-Ära-Saga kennt. Das passt, weil jetzt seine Heldenreise entweder am Anfang oder am Ende ist, wie man es nimmt. Ja. Auf jeden Fall tritt er das erste Mal als Held in Erscheinung. Aber hatten wir das nicht schon in Thor 3, ihn als Held? Ja, aber nicht so in dieser, wie du schon sagst, in diesen optischen, mythologischen Gestalt, wie man kennt mit diesem Schwert. Verknüpfen. Genau, er hat wieder diese zwei Dolche und seinen Geweihelm dann auf, wo er doch da angelaufen kommt, also auf den Bifrost, wenn dieser Wolf, der Fenris-Wolf kommt. Ja. Genau. Okay. Jedenfalls gehen sie dann los zu Alive und warten auf einen Abzweig, der dieses Wesen ablenken soll. Doch dieser Abzweig kommt nicht. Und Loki beschließt dann letztendlich, also auch im Gespräch mit Sylvie, den Lockvogel zu spielen und rennt halt dann fort. Das kann er am besten. Lustigerweise fällt er in der Folge kaum oder du siehst ihn kaum in seiner Fallpose liegen. Richtig. Das wäre dann halt Heldenfall. Jedenfalls springt dann Old Loki als Lockvogel ein und zaubert das ganze Königreich Asgard oder das ganze Schloss Asgard mit seiner Kraft oder so, wie sagt man wieder, so ein Trugbild. Also er zaubert einfach mehr. Astralprojektion. Genau. Und da fällt halt Sylvie und Loki auf, dass sie wohl doch zu mehr imstande sind, als das, was sie bisher kannten. Also dass noch mehr Kraft in ihnen steckt, als das, was sie bisher wissen. Genau. Und in diesem, also das ist jetzt eigentlich eine längere Szene, aber man kann es schwer beschreiben, die kämpfen dann halt. Also Elias greift dann diese Stadt an und versucht, ja, diese Stadt zu absorbieren, also zu fressen. Während Loki und Sylvie versuchen, ihn zu verzaubern. Also sie fassen diese, diese Aus, wie sagt man, diese, die Wolken-Ausstränge, fassen es halt an und versuchen, ja, ich weiß nur, wie man es sonst beschreiben soll. Ja. Und versuchen dieses Wesen, also Elias halt zu verzaubern. Und unser Old-Loki, der opfert sich dann, der wird dann getilgt von... Stirbt in Heldentod. Stirbt in Heldentod, genau. Ich finde, er lacht davor noch mal so hysterisch, da sah der aus wie Martin Schneider, fand ich, als er da so gelacht hat. Aschebeche. Du Aschebeche. Ja, und sein Helm ist dann halt ein Aschebeche, also du siehst dann nur noch seinen Helm auf den Boden knallen. Richtig. Und unsere Sylvie und Loki nehmen sich ja dann an der Hand und sie sagt, glaube ich, noch, das habe ich jetzt gerade notiert, sie sagt sie nicht irgendwas, weil er meint, ich weiß nicht wie, sagt sie, du musst das wissen, wir sind ja eins. Genau, sie motiviert ihn und sie erinnert ihn daran, dass sie ja auch wirklich eins sind. Richtig, dass sie eigentlich die gleiche Person sind, genau. Genau. Und die fassen sich an den Händen und es passiert kein Nexus-Event. War ich ja auch erst mal verwirrt. Ja. Liegt an der Lehre. Genau, hat ja Renslayer in einer Szenen oder mehreren Szenen vorne dran erklärt, dass in der Lehre kein Nexus erscheinen kann oder passiert. Deswegen wird wieder alles auch gelagert. Genau. Jedenfalls schaffen sie es dann mit vereinten Kräften, Allies zu besiegen, obwohl Loki ja immer noch die Augen geschlossen hat. Und es öffnet sich dann, ich sage mal, eine Art Portal und sie sagt nur noch zu ihm, öffne deine Augen. Und er sieht dann dieses Portal und in diesem Portal sieht man ein Schloss oder schlossähnliches Gebäude, sagen wir es mal so. Genau. Und dann fängt es an, auf dieses Portal hin zu laufen. Also man sieht so die ersten Schritte. Und dann ist die Folge fertig. Meint ihr, das war ein Quantumportal? Ein Quantumportal, okay. Oh yes. Ich sehe. Nein, ich frage ja in die Runde. Meint ihr, das war ein Quantumportal? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass es ein Portal zum Ende der Zeit, also hinter der Lehre praktisch ist. Also so wie ein Tor. Das steckt einfach im Eliath. Und Eliath ist um das Ganze rum, um das zu schützen. Der Wachhund. So wie wir es am Anfang ja auch gesagt, irgendwann gesagt haben in der Besprechung. Ja. Das Ding ist, in der Folge gibt es jetzt keine After-Credits-Scene. Macht ja auch Sinn, weil das wird ja alles ein bisschen zu viel verraten, vermutlich, für die letzte Folge. Danke. Das hast du in der letzten Folge auch nicht abgehalten. Ja, das stimmt auch wieder. Ich würde an der Stelle jetzt sagen, gehen wir ein bisschen auf Spekulationen ein. Also jetzt nicht zu viele, weil, wie gesagt, Zeit. Aber ich würde gerne von euch wissen, was denkt ihr, wer sitzt jetzt in diesem Schloss? Ich habe da so meine ganz eigene Theorie. Jetzt weiß ich nicht, ob ich vorauspreschen soll, erst mal meine Idee sagen. Oder ob ihr erst mal... Wir lassen erst mal den Gast. Oder wir lassen den Gast, genau. Dann Boris. Also natürlich habe ich mich auch da ein bisschen schlau gemacht. Und habe da mal ein bisschen das Internet durchforstet und mal geguckt, was ist da, was da so die ganzen Fans von sich geben. Also meine persönliche erste Meinung dazu ist, oder meine erste Vermutung ist es, weil halt wirklich so vieles darauf zuläuft. Aber ich sage auch, was ein bisschen dagegen spricht. Ich sage aber erst mal Kang, der Eroberer. Ich denke, dass es Kang ist. Was dagegen spricht, ist der... Weil es, also erst mal was dafür spricht. So viele Hinweise, die wir jetzt in den ganzen Folgen gesehen haben und auch woanders da schon. Und also es ist immer allgegenwärtig irgendwie. Es wird immer wieder darauf hingewiesen. Für mich aber dagegen sprechen tut dann wieder die Situation oder die Aussagen von Marvel selbst, dass ja Kang angeblich der Hauptgegner in Ant-Man 3 sein soll. Oder vorkommen soll oder vorkommen soll als Hauptgegner. Ant-Man 3, wann? 22, 23, 23? 22. Ich glaube 22, ja. Ist noch ein Weilchen hin. Ja. Würde sich für mich die Frage stellen, hm, okay, Kang 21, was sollen die denn jetzt machen? Sie können ihn ja nicht einfach töten, weil was ist da mit Ant-Man 3? Ja. Und Kang, glaube ich, jetzt so zu verschleißen, wie sie es leider auch mit dem Ronan gemacht haben oder mit Ultron. Ja, zwei heftig geniale Gegner der Avengers so verschlissen in einem kleinen Film. Schade. Ich hoffe, dass es mit Kang jetzt nicht auch machen. So, und die Gerüchteküche, wie ich es ja schon gesagt hatte, kocht. Und da wurde mehrfach jetzt erwähnt, Dr. Doom. Ja. Und zwar ... Das hat mich ja doch vorbrechend zu sein. Und zwar soll das angeblich Castle Doom sein, ja, oder die Vermutung liegt nahe, dass es Castle Doom ist und auch damit die Einführung, Marvel hat ja Fox gekauft und damit auch die Einführung der fehlenden Charaktere wie die Fantastischen Vier, Dr. Doom, weil Dr. Doom ja einfach auch der Hauptgegner der Fantastischen Vier ist. Und ja, Dr. Doom hatte halt auch viel mit Kang zu tun. Das ist genau so der Punkt, warum ich eigentlich vorbrechen wollte. Wir haben ja die Sache, haben wir ja schon in mehreren Serien von Marvel jetzt gesehen, dass wir immer Hinweise bekommen haben auf einen gewissen Charakter. Bei WandaVision jetzt zum Beispiel auf Mephisto oder bei Falcon. Ja, oder Zetron. Ja, genau. Und dann wurde, oder auch hier mit unserem Quicksilver, doch Quicksilver, dass da das X-Men-Universum gekommen ist und dann war es ein schlechter Boner-Witz. Und wir sehen jetzt hier in der Serie die ganze Zeit schon Hinweise auf Kang, sei es ein Poster, sei es ein Gegenstand, irgendwas, was im Hintergrund ist oder auch bei der Folge jetzt hat, diesen Immortus-Kopf. Und also es weist so viel hin auf Kang, dass ich schon fast der Überzeugung bin, dass sie uns damit locken wollen, dass letztendlich was anderes rauskommt. So, genauso wie mit dieser Sphinx-Statue, wo man ja, wo ich vorhin auch schon angesprochen habe, ist auch ein Hinweis auf Kang. So, jetzt ist der Punkt aber, Kang hatte nie wirklich ein Schloss in dem Sinne. Ein Schloss hatte immer nur Dr. Doom in Latveria oder wie es hieß. Latveria, ja, sein eigener Staat. Genau, mit seinem Doom-Castle. So, und ich habe jetzt die Vermutung, dass wir, weil Dr. Doom hat ja diese Zeitmaschine erfunden, mit der Kang dann letztendlich durch die Zeit reist in den Comics. Jetzt habe ich die Vermutung, dass wir, wenn die zwei Lokis, also Sylvie und Loki, in diesem Schloss ankommen, dass wir da Dr. Doom begegnen. Damit ist auch gleichzeitig die Fantastic Four schon involviert, weil die kommen ja auch, da kommt ja ein Film, das wissen wir. Und wir sehen vielleicht, wie er gerade, also die Zeitmaschine hat er ja schon erfunden, sonst könnte er die Zeit nicht manipulieren. Aber wie vielleicht gerade Nathaniel Richards irgendwo im Eck dieses Kostüm anzieht zum Kang und daraufhin so schon der Gegner getroppt wird für Ant-Man 3. Ich weiß, dass Kang noch nicht castet wurde, als die Serie abgedreht war, aber das kann auch ein roter Hering sein, das die Marvel-Presseagentur uns da gebracht hat. Ich fände es geil, ich glaube halt, dass am Ende der Serie, weil es ist jetzt nur noch eine Folge, dass dann erst das Multiversum so komplett zerstört ist und dass das eine Kettenreaktion auslöst, dass dann in Spider-Man 3 reingehen wird, in Ant-Man und auch in den Fantastic Four-Film. Wir haben ja auch gehört, dass bei Spider-Man 3 angeblich Jessica Alba auftauchen soll und auch bei Doctor Strange und die Multiverses of Madness, da wird das ja auch eine Rolle spielen. Also denke ich, dass diese Loki-Serie erst diesen ganzen Stein ins Rollen bringt, von wegen diesen ganzen Multiversen. Wir kriegen vielleicht Kang nur grob angedeutet und ich denke, dass dann die böse Loki-Variante das Ganze ähnlich angeleiert hat, wie damals mit Thanos. Also dass der sich den falschen Verbündeten gesucht hat, diese Loki-Variante und dann Kang dazu geholt hat und dass der ähnlich wie Thanos dann angeteasert werden wird. Ja, verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich meine jetzt nicht, dass wir Kang vielleicht zu Gesicht bekommen hier in der Serie, sondern dass wir wirklich nur Doctor Doom sehen, der halt gerade an dieser Zeitmaschine arbeitet, irgendwas, keine Ahnung, oder das Kostüm oder den Anzug von Kang halt vielleicht gerade entwickelt. Die zwei, Sylvie und Loki, den vielleicht besiegen und dann das Schloss verlassen und dann sieht man in der After-Critic-Serie, wie irgendeine schämhafte Person in dieses Schloss gerade reinkommt und sich den Anzug klaut oder so. Oder wir sehen in diesem Schloss eben den Jungen, Nathaniel Richards, der zu Kang wird. Genau, sowas in der Art. Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt Kang sehen, aber vielleicht so eine Andeutung, dass er kommt. Oder es reicht, wenn du siehst, wie dieses Kind dann irgendwie leicht transformiert und du fragst dich, was geht denn da jetzt ab? Ich meine, das haben sie ja schon mal gemacht. Das hat ja Marvel schon mal gemacht bei Adam Warlock. Wir haben ja Adam Warlock auch nie gesehen. Sondern wir haben ja nur seine Hülle oder diese Kapsel gesehen, wo er drin ist. Und ich denke, ich würde da Sam zustimmen. Ich glaube auch, dass man auf jeden, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man da irgendwas von Kang sieht. Sei es der Helm, ein Anzug oder sein Name wird genannt, Nathaniel Richards oder wie auch immer. Irgendwas in der Hinsicht wird, also könnte ich mir gut vorstellen. Aber da stimme ich, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Kang an sich wird es nicht sein. Weil dafür ist Marvel bekannt, dass einfach dieses Anteasern immer und dann ist man sich so sicher und man sagt schon, jetzt kommt's ja und bam, scheiße. Ich sag nur Mephisto und dann war es Agatha all along. Genau und das mit Doctor Doom erscheint mir aber auch einfach eine wirklich interessante Lösung zu sein. Weil da hätten wir endlich den Zusammenschluss, der langer Sehnte. Ja, vor allem müssen sie ja auch irgendwie die Fantastic Four jetzt hier ins Universum reinholen und ohne große Vorgeschichte in der Phase 4 wird es schwierig. Ja, weil dann müsstest du ja auch nochmal Doctor Doom, wie kommt denn Doctor Doom an so eine Macht? Ja, ich beherrsch mal so eben hier Elias, ne? Nein, nein, ich meine, wir haben immer diesen Fantastic Four Film angeteasert bekommen, aber man hat sich bisher immer noch bedeckt gehalten. Wann kommt denn dieser Film? Das werden sie ähnlich machen wie diesen Book of Buber Move, dass sie das dann, sobald es soweit ist, dann ad hoc raushauen werden. Genau. Gut, okay, ich würde sagen, wir schließen hier die Spekulation ab. Jo. Weil sonst wird's echt zu lang, wir sind hier schon drüber. Mal wieder. Ich würde sagen, wir kommen auf Fazit und Bewertung, also ein Fazit über diese Folge und auch eine Bewertung über diese Folge, also nicht die ganze Serie. Was vergeben wir denn? Was waren sehr präsent hier in dieser Folge? Entweder Alligatoren. Gut, dann vergeben wir halt Easter Eggs, ist ja auch gut. Handhaben sie ja so, dass der Gast ihm als erstes sein Fazit und seine Bewertung raushaut. Also darfst du jetzt Easter Eggs von 0 bis 5 raushauen und ein kleines Fazit vorne dran oder hinten dran, wie du willst. Dann schieß mal los, Boris. Also, ganz klar, ich gebe vier Easter Eggs, ich bin total geflasht, ich war, ich hab so lachen müssen, allein wegen dem Ali Loco, ja, wegen den ganzen, also wirklich, da sieht man auch wieder diese Liebe, die da drin steckt in dieser Serie, diese versteckten Hinweise, die Easter Eggs, das Ganze. Gut, vieles wird nicht jeder erkennen oder viele werden nicht alles erkennen. Ich hab auch nicht alles erkannt und hab erst nachlesen müssen. Und, aber auch dieser Old Loki, er macht seinen Job richtig gut, es ist ein Hinweis auf die ganz alten 50er, 60er Jahre Comics. Kid Loki, es macht einfach Spaß, diese Folge zu sehen. Sie ist lustig, sie ist emotional, sie hat einen tollen Wendepunkt, gerade für den eigentlichen Loki, dass er endlich erkennt, so wie es die ganzen Filme, wie man ihn kennengelernt hat, lief, kann es nicht weiter laufen. Er lässt Nähe zu, er lässt Gefühle zu. Ja, bisschen Mythos noch mit rein, Mystery mit reinbringen mit der USS Eldridge. Und ich bin jetzt einfach nur massivst gespannt, was kommt in der finalen Folge. Und daher, wie gesagt, vier Easter Eggs und top. Gut. Patrick, dann darf ich dich bitten. Okay, ich hab's ja in der Vorbesprechung gesagt. Für mich war das so ein bisschen das Ready Player One von diesen ganzen Folgen, so vollgestopft mit Easter Eggs. Man hat, man hat dauernd auf den Pausenknopf gehauen. Ich hoffe nur nicht, dass dieser Loki jetzt mit seiner Wandlung zu nett ist, sondern vielleicht, dass er so in dieser Dreier-Kombo mit Mobius und mit Sylvie halt aufblüht und deine menschliche Seite zulässt. Auch wenn es ein netter Running-Gag wäre, wenn er auf Thor stößt und ihn dann auf einmal umarmt und sich freut, die ganzen Avengers zu sehen. Also das wäre für einen kurzen Moment wahrscheinlich echt ein ziemlich lustiger Gag. Aber ich hoffe nicht, dass unser Loki jetzt zu verweichlicht wird. Und trotzdem, also ich hab das Dreier-Spann gern gesehen, die Chemie zwischen Lukis hat gepasst. Also zwischen allen Lukis, auch Sylvie und Loki. Das waren schon schöne Momente. Und die Easter Eggs haben halt wirklich den Comic-Fan in mir begeistert. Glücklich gemacht. Da brauchst du ein bisschen mehr, aber okay. Ich fand die Folge davor ein Stück weit besser, aber ich bin hier auch bei 3,75 Easter Eggs. Okay. Ja, ich halte mich kurz. Ich fand die Folge genauso stark eigentlich wie die davor. Die davor war ein bisschen informativer. Hier war die Folge sehr spannend gehalten. Ich fand, es waren hier 43 Minuten bis zum Abspann. Na, ganz vielleicht, ja doch, 43,20 ungefähr. Und ich fand die überhaupt nicht 43 Minuten lang. Also es hat sich viel kürzer angefühlt. Und es zeigt ja auch schon, dass man da voll mit drin ist. Und von daher würde ich hier auch vier Easter Eggs tatsächlich geben. Ich würde hier jetzt keine Abwertung geben, auch wenn die Folge davor ein bisschen informativer war. So, genau. Dann machen wir den Deckel drauf. Ich verweise jetzt noch ganz schnell auf die Shownotes. Und zwar haben wir da ein paar Links. Und zwar zu BuyMeACoffee und zu Paypal. Da könnt ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen. Das tut uns sehr gut. Da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind, kommen so Spenden bei uns immer sehr gut an. Da wir auch durch solche Spenden überhaupt solche Projekte überhaupt verwirklichen können. Genau. Dann findet ihr auch Social Media Links. Da könnt ihr gerne einen Kommentar oder auch einen Like da lassen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir bekommen. Denn auf Kommentare können wir erst so richtig eingehen. Das hatten wir in der letzten Folge sehr schön. Da hatten wir eine Frage aus der Community. Und so können wir auch auf Fragen gut eingehen bzw. auch gut beantworten. Genau. Und jetzt bleibt uns nur noch die Verabschiedung. Ich sage wie immer, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr es hört. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr fürs Zuhören, auch wenn es heute ein bisschen länger geworden ist. Und überlasse jetzt die letzten Worte an unseren Gast und dann noch an Patrick. Ich bin raus. Ciao. Ich kann mich Sam nur anschließen. Ich wünsche alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Auch ich bin gespannt auf die Kommentare und übergebe hiermit an Patrick. Ciao. War mir wieder ein Fest. Und wenn ihr überlegt, Black Widow zu schauen, gönnt es dem Kinos, würde ich mal sagen. Und ich freue mich auch schon auf das Finale. Ich bin mal gespannt, wie sehr wir enttäuscht werden werden oder ob wir mal tatsächlich ein gutes Finale kriegen. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.